Herzlich Willkommen zu HUA 20 Uhr Folge Herzlich Willkommen zu FIFA Mobile 22 Wir werden heute unseren Bundesligaplan durchziehen Und ich werde hinten so ein kleines Team Upgrade machen Das heißt klein ist ein Spieler den wir austauschen Falls ihr die vorgestrige Folge gesehen habt Ich weiß gar nicht wo ich das gemacht habe Ich glaube vorgestern hatte ich das gemacht Dann wisst ihr auch schon den Plan Wir werden erstmal reingehen und hoffen Dass wir Lothar Matthäus ziehen Weil Lothar Matthäus ist dafür immens wichtig Weil wenn wir den jetzt ziehen Können wir ja nochmal Guck mal der ist 80 Millionen wert Dann hätten wir einfach über 200 Millionen Münzen wieder Und das ist geisteskrank Wir gehen rein Er ist weg Es gibt 10 weitere Lothar Matthäus Specs Abfahrt Gönnt Ich würde mich auch direkt freuen Wenn ihr hier zu Beginn der 2. Uhr Folge Direkt einen Like da lasst Und der nächste Endlich der nächste FIFA Mobile Live Stream Ist diesen Donnerstag Diesen Donnerstag bin ich live Warum? Weil 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 Das neue Event rauskommt Ein neues FIFA Mobile Event Jetzt geht es hier bei Instagram ab 1500 Gönnt Ich nehme auch viele Punkte Aber am liebsten würde ich Lothar nehmen Ja und so sieht Lothar nicht aus Das sind 1250 Bundesliga-Torzpunkte Leck mich am Arsch Leck mich am Zückerli Ja leck mich am Zückerli Gönn Gönn Wieder 1250 Das ist ein Witz Das ist ein Witz EA EA gönnt doch mal Es sind wieder 1250 Jetzt Let's go Er ist am Start Lothar Matthäus Ich sag ja Lothar Matthäus und ich sind beste Freunde Lothar Matthäus und ich sind beste Freunde Wichtig und richtig Und diese Animation sieht so geil aus Boots Boots Digga Alter Falter Let's go Lothar Matthäus gezogen Und jetzt höre ich auf Weil ich werde nicht nochmal Lothar Matthäus ziehen Alles was ich jetzt mache ist unnötig Es sei denn ich habe noch nicht genügend Bundesliga-Punkte Aber ich denke es Ich hoffe ich habe genügend Bundesliga-Punkte Aber das erste was ich jetzt mache ist direkt Lothar Matthäus auf den Markt drauf stellen Weil ich habe ihn jetzt zweimal Und ich sag auch noch wie geil es wäre wenn wir Lothar Matthäus ziehen Hätten wir über 200 Millionen Münzen Und ich bekomme ihn einfach Kaufmenge 78 Rein damit Rein damit Rein da Lothar Rein Gehen in Wir gehen ins TOTS Bundesliga-Event rein In die Bundesliga-Bonis Und können in der Zeit wo Lothar Matthäus verkauft wird Können wir unseren Manu abholen Weil ich Manuel Neuer dann hinten ins Tor stelle Weil ich meine Formation Ich stelle sie jetzt nicht nochmal auf Doppelspitz um Weil ich habe meine Formation Weil dann müsste ich wieder Mittelfeld austauschen Und mir gefällt mein Mittelfeld so wie ich es jetzt habe Enorm enorm gut Natürlich ich hätte auch Erling Haaland gerne vorne Doppelspitze mit Krisch Wäre auch geil Aber ich mache es lieber so Und es reicht aus Und ich bekomme Heute neben Lothar Matthäus Auch noch Manuel Neuer Das Ganze natürlich auch als schöne Animation hier Zack Zwar nicht die Icon Animation Aber die sieht natürlich auch cool aus Aber die Icon Animation ist halt Oder die Animation die jetzt da im Shop war Geisteskrank Die sieht auch cool aus Aber was da nochmal gemacht worden ist im Shop Das ist auf einem ganz anderen Level nochmal Und wir springen jetzt auch auf ganz anderes Level Weil Manuel Neuer kommt hier rein Zack Und Manuel Neuer werde ich jetzt hier Obwohl ich muss erst die Punkte umtauschen Ich bin wieder so ein Fettsack Ich bin ein Fettsack Ich bin ein Fettsack Ich bin ein Fett 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 Fettsack Muss man ehrlicherweise mal sagen Und Donnarumma könnte ich jetzt eigentlich dann sogar auch verkaufen Ist der noch was wert? So Manuel Neuer hat Oh Sanetti Skillboost gar nicht Ah jetzt durch die Skillboost Karten Die ich gerade Durch die Bundesliga Belohnung bekommen habe Und Reflexe von Manuel Neuer Reflexe habe ich einfach noch gar nichts Alter Falter Da kann ich jetzt einfach hochballern Da kann ich jetzt hochballern bei Reflexe Wir ballern los Und wir Wir ballern los Ja los Ja los Wir ballern los Los Ja los Wir ballern los 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 Wir ballern los 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 Zack Denken wir auf Level Zwölf Na elf Elf und fast zwölf Elf und fast zwölf Und wir haben dadurch die 113 in der Gesamtbewertung Und habe ich auch genügend Spieler hier um vielleicht Ne Habe ich nicht Ich habe ja nicht genügend Torhüter Aber ich kann ihn kommen auf Level 22 kann ich ihn mal bringen Unseren Manu Dann hat er nochmal ein bisschen bessere Stats hier ein bisschen Ein kleines Bies hier Ein kleines Bies hier 140 Hechten 145 Reflexe hat der Manu Und Jetzt erstmal die Münzen abholen Und Donnarumma Was kann der 10 Millionen Wie kann ich den Ach der ist wahrscheinlich nochmal in einem anderen Team drin Aber Lothar Matthäus direkt rausgegangen Lothar Matthäus direkt rausgegangen 70 Millionen Ich habe 210 Millionen Schisch 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 Äh Donnarumma wird wahrscheinlich hier noch drin stehen Ja Und deswegen kann ich ihn gerade oder konnte ihn gerade nicht verkaufen Aber jetzt kann ich ihn verkaufen Und den verkaufe ich auch Weil 10 Millionen haben oder nicht haben Ich nehme sie mit Weil er würde ja sowieso einfach nur im Verein rumliegen Und das ist unnötig Und deswegen Verkaufe ich ihn für 979 Das sind knappe 10 Millionen Mit Gebühren sind es vielleicht glatt 9 ungefähr Aber besser als nix Besser als Nix Ich überlege gerade noch Ob wir hier Ne aber Ne Das passt alles so Das passt alles so Aber Leute Ich komme immer noch nicht drauf klar Dass wir einfach Lothar Matthäus gezogen haben Lothar Matthäus und ich sind beste Freunde Ich gehe jetzt nochmal rein in ein Wurz-Angriffspiel Und hoffe dass ich heute mit dem 113er Team Vielleicht mal Ja Ich wollte gerade sagen Vielleicht mal genauso gleiche Chancen habe wie die Gegner Aber MHD Aber es war glaube ich nur 20 gegen 30% Also ich habe 20% tolle Chancen der Gegner 30% Wenn ich das richtig gesehen habe Aber ist auch scheißegal Weil ich das Spiel einfach gewinnen werde Und jede Chance Reinhauen werde Dankeschön CR7 War glücklich Keine Frage Aber Glück braucht man ja auch ab und zu im Leben So ein Start läuft erstmal ganz gut Zack vorbei Und Ronaldinho 3 zu 3 Faust in die Facecam 3 zu 4 Das äh Ne Das will ich jetzt nicht sehen Das will ich sehen Genau das will ich sehen Genau das will ich sehen Und das ist das fünfte 5 zu 4 Gönn, 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 gönn Geh vorbei, geh vorbei, geh vorbei, geh vorbei, geh vorbei, geh vorbei Geh vorbei, und das ist das sechste 6 zu 4 Zwei Tore Abstand Das ist stabil Ballack Gute Flanke Puh Nochmal hoch, nochmal hoch, nochmal hoch, nochmal hoch CR7 mit dem 8 8 zu 5 Junge MAD Deinstallier FIFA Mobile So ein Ding ist das Direkt FIFA Mobile deinstallieren Ich schick den Ich schick MAD in die Wüste Und zack Zehntes 10 zu 6 Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Das kann der Gegner gar nicht mehr schaffen Kommt nochmal, nochmal Eine überragend gute Flanke Von Basti Fantasti Und Ronaldo hält seinen Kopf hin Schweinsteiger nochmal in die Mitte Ronaldo diesmal mit dem Fuß 12 zu 8 GG GG Und ich bekomme nochmal einen Angriff Den knalle ich jetzt von hier hinten rauf Und der geht leider nicht rein Aber ist auch mir vollkommen scheißegal Weil ich das Spiel 12 zu 9 Gewinne Gewinne, 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 gewinne Leute Lothar Matthäus gezogen Eine sehr, sehr geile Folge Team Upgrade Lasst ein Like, lasst ein Abo da Und dann sehen wir uns logischerweise Beim nächsten Video wieder Hier auf meinem Kanal Ich bin raus Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss